So mal Stefan, weißt du warum du keinen Erfolg bei Frauen hast? Hä? Was wird das denn heißen? Weil du nicht reden kannst. Wieso? Ich rede doch gerade. Ja, aber die Frauen wollen immer über Haare reden, Frisuren und Wetter und solche Sachen. Und das machst du nicht? Ich nicht. Machst du doch auch nicht? Ich nicht. Spinner. Was ist doch noch die da? Wer? Machst du doch eigentlich Sport? Nee, wieso? Das sieht man.